Da vordere ist er direkt. Aber grüß. Wollen wir erst scannen ihn? Ja. Bietet sie ja an, wa? Hier sind ja welche, hier sind ja welche. Wir hatten jetzt ein Mikro gefuttert. Ich nicht. Da bin ich nicht schuld. Ahhhh. Was? Was? Ich wär für Sackbrock. Und warum lädt er diese bescheuerte Panzerplatte näher? N wat? Ja, der hat sich schön hingelegt. Hingelegt. Ist das etwa der Einzelspieler? Kann sein. Ist er immer noch? Oh, ich werd von rechts geschossen. Oh. Oh. Ey, ohne Witz, ne? Ich hab den schön ummalt. Ja, genau. Und jetzt schießt du mir noch ab, ey. Oh, ho ab. Vogel. Jetzt wär ich sackisch. Tot? Also der Ene ist jetzt tot, ja. Aber ich weiß nicht, von drüben wurden wir jetzt ja hier so herzhaft angeschossen. Also bist du da nicht tot? Ey, der zeigt mir auch gar nicht. Ich bin nicht tot. Ne, der ist tot. Keine Ahnung. Der hat eine weiße Sturmhauwaffe gehabt. Ich weiß nicht mal, ob das der Einzelspieler war oder nicht. So, aber der hat mir eine SVU mitgebracht. Jaha. Nadine, habt ihr zwei Bilder geschickt? Was ich gerade tacker? Gucke ich mir dann an. Ohne Momento. Bin bestimmt gleich tot, da hab ich wieder Zeit zum Gucken. Oh, hier drüben geht die Luzi ab. Ja, 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 ja. Ja, hinten am Ausgang. Ah. Hier hinten? Naja, der ist hier. Der kommt hier rum. Kartoffel-Aim, wie sie hat. Ah. Der ist jetzt hier hinter? Ja, ich weiß. Während der hier ran. Oh. Oh, hab ihn zweimal gut angehittet. Werde aber von rechts beschossen. So ein Stück rechts. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. So schön geschossen jetzt. Gibt's doch gar nicht. So, wo sind die hier? Ah, hier. Wo sind sie? Also, Ena ist hier grad. Ohne Witz. Seit wann verzieht denn die SVU so? Oh, was wird das denn? Oh, der wird hochbeschossen von hinten. Hier ist Ena. Ja. Ja. Die sind überall. Such dir den aus, auf welche du schießen willst. Uh. Bei denen sein Glück und mein Glück. Ey, warum hitt' ich die denn nur an? Was ist denn los? Hier ist der andere. Ich geh mir gleich Kontaktlinsen wechseln. Liegt daran, ich sag's euch. Ist der jetzt hier noch auf diesen dummen Schollen oder nicht? Ne, der ist weitergelaufen. Ach, echt? Scheiße. Ne. Ich weiß aber nicht, wo der andere ist. Oh. Oh. Ja, aber ich wurde grad von rechts beschossen. Da liegt der bestimmt da irgendwo im... Oh, echt ey. Wo seid denn ihr? In den Steinen. Der zwei. Was? Wo? Hier. Ich bin blind. Ach, da. Das ist halt so ne bekloppte Position. Ich wette, wir uns verhängen gleich in den Rücken und snacken uns weg. Ach. Ja. Wie, der ist schon bei uns drüben? Ach, du Deiwe. Von mich hat... Der verschollen hat mich. Na. Na, ich hab mir sehen. Problem ist der gegenüber, ne? Ja, der andere guckt schon auf dich. Mach ein Schnauge. Ja, da vor dir ist er direkt. Na, grüß. Ja, Mann. Der andere kommt auch rüber. Uuuuh. Ich hab ne Schmetter mal hinten. Nen Verband. Dat läuft. Ihr habt nicht zufälligerweise Antibiotika? Ne, ich hab nix. Der ist vor dir hinterm Stein. Na, ich hab nix. Na, ich hab nix. Der guckt da. Jetzt lauft, ne? Nein! Nein! Ich... 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 Da wird's gar so, warte mal! Jetzt muss ich schnell die Kadaver einsammeln, ich brauche Heilung! Ne? Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui! Ich hab Puls, ne? Ich... Kann mir vorstellen. So... Das habich gut gemacht. Danke, danke! Ja, was gibt's denn? Das kann ich auch mal machen. Brot. Du machst Frustessen mit Brot. Amen. Ja, Mensch. Aber manchmal hat man das, ne? Ja. Immerhin kommt einer. Ich hab die auch so schön umrandet erst. Er wird gedacht so, what? Also auf zwei ist ein Störturm. So. Ja, ja. Mach du immer mit der Ruhe. Hol dir einen Rotpunkt für den Monitor. Die SVU ist nicht präzise. Ja. So muss los. So muss los. Los. Schöne Ding. Dankeschön. Ja, das war gar nicht so schlecht. Ach so, hat jetzt einer hier Heilung mitgehabt, ja. Hat er die jetzt hier genommen? Ja. So. Da ist noch einer. Markiert mal einer. Wo? Auf eins. Und da sind noch zwei. Warum haben wir denn zwei mal die zwei? Das, ne. Haben wir nicht. So, aber da drüben ist noch einer. Oder haben die da ein Ding so fürstellt? Einer war ja, einer ist da dahinter gelaufen, den wir nicht bekommen haben. Ach so. Die anderen wollen bestimmt auch den Drops haben. Aber du hast eher im Haus gepinkt, glaube ich. Wenn so, dass der irgendwo im Haus abschimmelt. Ja, ja, der wird hinterm Haus sein. Oder am Ende von dem, ja. Dann geh lieber jetzt nach, äh... Drops. Ja, die Wege sind so weit, Alter. Das Ding kommt ja schon raus, ey. Äh, also ja. Runter, mein ich. Raus. Jetzt kommt der schon raus. Äh, guten Abend, Nadine. Ey, Peter. Wie geht's? Wie steht's? Ja. Hi, Peter. Hast du mir schon ein Däumchen eingelassen, Peter? Hier, meine Erinnerung. Däumchen. Däumchen ist ein Träumchen. Oh, das sind jetzt wir. Welche, das sind jetzt das Fake-Ding? Ja, ich glaube, der auf dem, auf dem Wasser, der ist der Richtige. Okay. Boah, da landet er. Ah, da sind sie. Ich hab ihn schon gesehen, eh. Der ist gerade hier gerannt. So, wo seid ihr jetzt? Ich hab den doch gerade rennen sehen. Wo ist denn der jetzt hin? Ich weiß nicht, ich hab gerade keinen gesehen. Hast du noch einen Ping? Ja. Hervorragend, Nadine, geht's mir. Auch für dir natürlich auch. Ja, danke. Äh, der Drops ist weg gerade. Der rennt gerade. Ja, vielleicht haben sie den, den, äh, den Fake erwischt, wa? Ja. Dann werden sie jetzt da rüber gehen. Ah, dann hätte ich doch da bleiben sollen. Ja. Lauf außen zum Drop hin. Na, vielleicht renn ich mit die gleich mit. Wo ist denn das Ding? Ging's von dir? Oh, ist schon hier doof. Ich bin jetzt nicht zu nah außen. Wenn die hier in der Mitte oben irgendwo liegen, dann gucken die nachher schön auf mich, weißt? Mhm. In Ping hätte ich ja noch. Aber ich würde fast lieber... Ich würde noch ein bisschen Stulle nachstopfen, verstehe die ganz schlecht. Also da ist der Drop, rechts von dir am Trecker. Ja, da war er, ja. Oder die haben, die haben wirklich den Echten. Dann liegt doch den rechten, aber das war doch kein Dreierteam. Nö, zwei ja. Achso, wir sind ja noch... Naja, wir waren noch drei, ja. Dann war der falsch und dann sind sie abgehauen vielleicht. Weil sie dachten, mehr ist nie drin, oder was? Nö, nö. Nö, jetzt kik mal, wurde ich noch eingepinkt von dem... Der ist ja Solo, bestimmt. Nö. Der wird noch mutig, der Kollege. Wenn sie jetzt schummelt, schummelt da, schimmelt da am Haus und jetzt... Peter, über was lachst du denn eigentlich jetzt gerade? Doch nicht über meine Sieger 1. Wer macht Andy-Regeln? Ich hab gewonnen. Aha. Äh, wolltest du hier auf... Was ist denn da bei dir? Ich hab ja, äh... Bei zwei, ja, aber da sind die wahrscheinlich hoch. Die werden wahrscheinlich warten, dass ich denen das blöde Ding jetzt entgegenbringe. Ja. Oder du rennst ganz über die Map. Nö. Am Schiff vorbei. Eral. Wer nicht wagt... ...der nix kann, ne? Oder so. Nö, nicht der Wind und so. Winner, winner, chicken dinner. Die Frage ist, wo seid ihr? Boah, keine Raben, ne? Noch nicht. Hä? Man müsste doch mitnehmen, ne? Wenn man schon was löscht dafür. Dann sollte man das vielleicht auch einpacken. Ja, dann wird jetzt auch nix mehr... Ja, Raben müssen jetzt schon kommen, oder? Ist das hier überhaupt... Selbst wenn die... Ja, ja. Geradeaus, weiter. Selbst wenn die auf den, ähm... In den Häusern werden, würden ein Raben kommen. Denk ich auch, ja. Naja, gut. War ja nie so schlecht, jetzt. Ja, super. Für mich. Peter, da hast du... ...verpasst. Killer Queen hat wieder zugeschlagen. Ach, gerade. Jetzt eh mal, ey. Das darf ich nicht erzählen, wie vorher das lief, ey. Habe ich doch gar nicht. Ach, sehr bescheiden. Drei. Siehst du, hätte ich doch den eh noch umgewammt. Das darf ich nicht erzählen.